Herzlich Willkommen Freunde zu Part 3 von Super Mario 3D World und weiter geht's, wir müssen jetzt in die Bursch, also wir wollen mal, in der letzten Folge haben wir den Stern da gesammelt, dass wir 10 Sterne haben, richtig, 10 grüne, da muss man dann auch die 10, ah da ist sie doch, ah und schau mal, die Flaggen, die werden gekennzeichnet, ob man schon alle grünen hat scheinbar, wenn da nämlich so ein Stern drauf ist, das ist gut zu wissen, einmal im Kreis laufen, gel, 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 gel. Ja, ich bin gel, ich bin mal andersrum gel, okay, 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 Palaistin, lasst uns gehen, Hilfe, okay, ich bin sehr gespannt auf das Schloss, ich auch, Bowser gibt Gas, er gibt Gas, sieht geil aus, Junge, ja, ne, Epic, Epic Shit, Epic Shit, Epic Shit, Peniskopf, Ender Bowser, alter Fußballer, wie geil, warte mal, warte mal, ah geil, okay, ja gut, die kann man ja eh so klatschen, oh, hier ist so ein Ding, aha, los, sammeln, sammeln, alles muss gerammelt werden, grünen Stern, yes, ja, ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen, ich nehme mal hier die Dinger mit, ja, sieht so aus, in die Tatzen mit, so jetzt haben wir einen auf Reserve, falls es schief, oh, wie geil, sieht das Wasser aus, bitte, ja, na, alter, lass uns nicht los, wie geil, sieht's aus, Junge, Da werde ich fast getroffen, weil es so episch aussieht. Junge! Du musst jetzt die Drehstatt haben. Ja, ein bisschen doof. Achso, ich kann jetzt hier dran klatschen. Wenn ich es schaffe. Ich krieg's noch hin. Nein! Epic, epic. Achso, das ist so ein Classic-Shit. So, warte mal, bleib mal still. Warte, ich hole schon einen grünen Stern. Sehr schön. Und jetzt können wir hier eigentlich runterjumpen, oder? Ja, passt. Ah, die guten Alpen. Da oben ist noch ein bisschen Bonuszeit. Ob wir das brauchen werden? Eher weniger. Hoffen wir mal nicht. Gehen wir mal weiter. Ach, da sind die nächsten Goombas mit dem nächsten Stern to go. Kannst du schon umgehen? Ach man, jetzt hat er mich umgehauen. Nimm deine Krone wieder auf. Ach ja, wir haben ja auf Reserve zwei Stück sogar. Ist gut, ne? Ja. Auf, team. Hoorah! Alter. Hm? Ich bin ein Idiot. Warum? Ich bin da runtergefallen. Mann! Komm, spring mal. Ja, mit... Ja, mit... Drück mal springen. Danke. Hm. So. Ah! Das war clever. Ah! Und wir haben wieder einen Reservepilz, den du gleich mal brauchst. Ja, cool. Okay! Mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Ja, aber richtig, ey. Die Wii U überzeugt. Auch bei Mario Titeln. Okay, was passiert jetzt? Sag's mir mal bitte. Okay, Alter! Mal was Neues, ey. Mal, vielleicht ein Vorgeschmack auf Mario Kart. Hm. Könnte ich mir vorstellen, dass das Auto mit dabei ist. Ja, ne? Bowser gebt Gas. Und was ist unsere Aufgabe? Ach, ihn wahrscheinlich abzuschießen. Mist. Wolli! Ach, Mann. Die Junge sind so schlecht. Nein! Wolli! Jawolle. Hab ich getroffen. Pass auf, der wirft jetzt schon noch was anderes, der Arsch. Ja, ja, 100 Pro. Schwachung? Ha! Kopfball! Ja, ach, Mann. Jungen, wohin? Oh, Junge. Ist gar nicht so einfach. Mist. Der ist für einen Treffer. Lass mich runter! Bleib du mal links, ich bleib mal rechts, dann kommen wir nicht und sind nicht so in die Quere. So! Hat sich erledigt. Wir hätten wir wahrscheinlich rübergeblieben. Ja, klar. So. Dann komm her mit deinen Bällen. Deiner? Christian, rüber. Jawoll! Ja, Junge. Nein! Das kam unerwartet. Aber war eigentlich klar, dass es irgendwann kommt. Nein, Mario. Oh, Junge, Junge. Der legt ganz schön los hier, der Typ. Hat heute den Arsch. Schöner Treffer, schöner Treffer. Und so langsam ist er sicher, ist er down. Hast du? Gold! Alter, ganz schön widerspinzig, der Typ. Ja, ne? Aber wie, ey? Aber wir müssen ihn nicht mehr bearbeiten. Ich dachte, du hast recht. Ja, 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 ja. So. Aha! Ach, Mann. Aha! Ja, Deiner! Jawoll! Alter! Der legt ganz schön mehr aus, als ich gedacht hätte. Man, ich bin so blöd. Ja, Deiner! Ja! Jawoll! Und das war's, mein Freund. Hey, und auch das die Animation wie im Super Mario Bros Titel immer, wo die Teile runterfliegen. Kennt ihr ja. Ist geil? Ist richtig geil. Bling! Es war auch wieder ein Schuss in den Ofen. Auf. Auf. Ja, nimm dir mal die auf der rechten Seite. So. Und dann? Geht erst mal weiter. Okay. Gibt erst mal Bonuszeit. Aber wofür? Ah. Hä? Wozu dann die Bonuszeit, Freunde? Schickschnitt. Wir haben alle Grünsteine gesammelt. Das ist mal wieder ein toller Erfolg. Das habe ich vorhin auch gemacht, den Fehler. Klar, ich hätte mich auch erst ab. Jawoll. Schöne Choreo, schön eingestudiert hier. War locker, war locker, war ganz locker. War sogar. War auch nicht so schwer jetzt, ne? Ging. War wirklich nicht schwer. Aber war dann wahrscheinlich doch eher ein Schloss, ne? Ist angebot. Denn, wenn Bowser kommt, dann wird es schon ein Bossfighter. Ja, ich denke, aber. Können wir mit dem Auto jetzt weiterfahren? Wäre cool, ne? Wäre richtig cool. Aber. Schau mal. Eher weniger. Scheiß auf den... Na ja, komm. Ich freue mich nicht. So, was macht denn unsere liebe Zauberfee, wenn Elfen helfen? Aha, mal kurz gecraftet und schon hier eine Glasröhre. Sehr schön. Jetzt ist aber die Frage. Speichervorgang erstmal... Kann man mit dem Auto fahren oder nicht? Stimmt nicht. Ja, ja, bestimmt nicht. Die Frage ist, ob wir jetzt da hingehen oder erstmal die Grünsterne sammeln. Ich wäre dafür, dass wir erstmal die Grünsterne fertig sammeln, weil die brauchen wir eh irgendwann. Was ist denn eigentlich schön mit dem Caller? Stimmt, da waren wir noch gar nicht. Das ist ein Einzelspiel-Level, für das das Gamepad. Willst du mal machen? Ja, mach mal. Okay. Ja. Ach man, ich verwechsel immer durch die Pläsi und so, B mit A, weißt du? Ah, ja, kann ich verstehen, ging mir auch so. Captain Toad will hoch hinaus. Die gute alte Mario Galaxy Musik. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle fünf Sterne in diesem Level zu sammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera dabei mit Hilfe von R, um die Böhmung her. Kamera nicht bewegen, indem du das Gamepad. Nein, eins noch. Danke. Junge. Was denn? Bist du denn irgendwie nervös? Ja. Lass mich das doch vorlesen, Mann. Kann er nicht springen? Äh. Ja, das ist eine gute Frage. Schanbar nicht. Gut, der erste Stern ist schon mal relativ einfach. Aber auch gut gemacht, auf jeden Fall. Okay. Machst du gut? Okay, wo kommt man da hin? Ach, der hinter. Der zweite Stern. Machst du aber trotzdem nicht? Ja, das sieht so aus, oder? Ich sehe aber bis jetzt auch nicht. Da unten ist noch einer. Wo? Da unter der gelben Plattform. Okay. Das ist jetzt natürlich noch alles ziemlich einfach. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das später durchaus knifflig wird, wenn sowas nochmal kommt. Mhm. Weil man eben nicht springen kann und so. Ja. Nicht mal rennen. Bin ich sehr gespannt. Aber eine coole Idee. Wie komisch ist das? Ich feier's gerade ein bisschen. Puste. Alter, und dann muss man wirklich das Gamepad anpusten. Ja. Wie legendär. Geil. Ja. Und da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es doch. Ich tue gerade so, als wäre es schwer gewesen. Da lachen ja die Schweine. Jawohl. Schön gemacht hier vom Kulig. Ja, Kualenta ist natürlich immer am Start und so. Ihr wisst ja. Okay, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo wir noch überall die Sterne verloren haben. Ja, irgendwie überall. Gell? Die ganzen Level da, ab dem dritten. Okay, cool. Und zwar, da geht es schon mal los. Ästen haben wir vergessen. Den Ästen, Martin. In Welt 1.5. Direkt den Ästen, ne? Ja, mal schauen, wo er ist. Auch ein Itter. Ach so. Ja, okay, okay. Wie ich dich gerade angeschobst habe. So. Weiter geht's. Das haben wir super gelöst. Sieht geil aus hier. Aber das Level kennen wir ja schon. Ja, nimm sie dir. Was hast du dir verdient? Ach man. Hallo. Ah. Huch. Wart, gehen. So. Ach so. War jetzt ein bisschen doof von mir. Fail. Aber so schön gelöst. Böser Menschen. Vor allem Menschen. Ah. Vielleicht. Ach man. Hoffentlich nicht. So, gucken wir uns hier um. Ja, jetzt. Wir haben es versaut. Meinst du? Lass nochmal rausgehen, oder? Ja, ja. Lass nochmal rausgehen. Lass nochmal rausgehen, oder? Lass nochmal rausgehen. Lass nochmal rausgehen, oder? Ja, drück nicht immer nein. Das ist die Playstation. Ich glaube, es versaut. Egal. Nochmal rein. Das war es wahrscheinlich gewesen, du. Ja, wahrscheinlich. Ich denke mal schon, dass es vorm Dingens ist. Vorm... 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 Warum sagst du denn sowas? Keine Ahnung. So. Freigesprengter Weg. Und wir gehen wieder runter und beten. Hey, man kann doch rutschen. Ach man, ich werde gleich sterben. Hol ihn hier. So. Sehr gut. Ach, nö. Nein. Mann. Sekunde. So. Dann gehen wir doch mal rechts lang und dann haben wir's. Schön. Das ging ja dann doch relativ einfach. Dann ich geh jetzt mal runter. So, ja genau, hier rechts geh ich jetzt mal lang. Und da ist er auch. War ja klar. Ja. Gut. Jetzt weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir das Level trotzdem nochmal weitergehen. Ja, richtig. Ja, trag nicht. Ich bin der König. Ich stehe links. Okay. Bling, 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 bling. Aua. König ohne Krone. War ich gerade. Hammer, Hammer. Jawohl, ja. Schreien. Hüpfe auf mein Kopf. Warum gehe ich denn so wutvoll voran? Ich kleine. Wo sind scheiße? Ja, na. Ah. ach hallo Kamek, ach nö, ich hab's verlaupt manisch idiot, manisch, egal, auch gut gemacht und jetzt geht's aber schön groß, und da ist auch schon das level so gut wie over jetzt haben wir die definitiv geholt und das ist doch eine spitzen Sache jetzt mal im ernst, auch dem Rainer macht das Spiel Spaß bestimmt so, und ich hoffe natürlich, haltet wie knapp ich hoffe natürlich auch, dass euch das Spiel Spaß macht Schleim, Schleim, Schleim auch wenn ihr es noch nicht zockt aber wenn die Folge draußen ist, werdet ihr euch wahrscheinlich schockt wahrscheinlich zocken du könntest etwas zocken, genau du mein Freund so du könntest etwas zocken die 1, 2 oder? er könnte doch was natürlich zocken etwas schönes etwas schönes nö welcher fehlt denn, den ersten haben wir also dann brauchen wir eigentlich die geile Schocken nö da ist er auch schon, okay da 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 sooo uaha man ich will eine Katze sein können wir vielleicht gleich haben jawohl einmal eine Katze für dich ich bin eine Katze und einmal Wachstum für mich ich geh jetzt auch hier hoch sehr gut Warte mal, hier sind Fragezeichen, ne? Richtig, wollte ich gerade... Ah ja, okay, handtätschen. Halt! Mario, kämpf um dein Überleben. Ich bin rein, oder? Ne, ne, ne. Nicht? Da sind wir doch vorhin reingegangen, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein. Oder? Man kann auch wieder ein Seitwärtssalto machen. Also man hat praktisch fast alle, außer dem Weitsprung alle Mario 64-Moves wieder reingepackt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier nimmst du die Tatze. Oh. Warte mal, ich darf der Weitsprung. Geht der? Ach ja, stimmt. Wie geht der? Ja, gut, bei mir ist anders. Bei mir ist es hinten links und da. Was ist denn hinten links bei dir? ZR? Ja, ne, ich meine, was hat uns für eine Funktion sonst? Oh, rutschen, oder? Ah ja, ja, okay, ich hab's. Nein, 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 halt ich fest. Ich bin weg. Scheiße. Aber ich hab's rausgefunden. Schau mal hier links auf den Baum vielleicht. Achso, ich muss ja springen drücken. Ist so ungewohnt. Ah, ja, ja, es könnte passen. Da waren wir doch vorhin auch drauf. Waren wir? Ich bringe mich mal zu dir. Ja, probier das mal. Ja, stimmt, da waren wir doch. Aber da oben reicht's nicht. Da oben reicht's nicht. Ah, 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 ich weiß, was das ist. Hä? Das war das, wo du vorbeigesprungen bist. Und ich runtergefahren bin genauso wie jetzt. Ich bin so schlecht, Jünger. Am Ende kommt der. Wann fahre ich denn hier immer runter? Da ist er doch der gute alte. Jawohl. Ah, der in der Mitte fehlt. Oh, nochmal zurück, oder? Ja, ich weiß gleich, ob es geht. Wir werden es erfahren. Hm. Okay. Vielleicht doch hier war, ne? Ja, vielleicht. Probieren wir es mal. Schwek, dieb, 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 dieb. Locken, wenn man reinklettern kann. Ist geil. Also das Ganze ist eben... Ah, ja, das war das. Das war das, was du mit dem blauen Münzen, wo du gesagt hast. So, probieren wir es mal. Sehr schön. Sehr schön. Sag mal, du mal die Katzen Münzen ein. Ich versuche, die am Boden einzusammeln. Ja. Sehr schön. Stimmt, da habe ich vorhin gefällt. Und jetzt haben wir es. Jetzt nur noch ruhig in Ruhe ankommen, dann haben wir es auch geschafft. Wie cool, die gerade... Vielleicht ist dir aufgefallen, die Fußstatzen von uns beiden. Ja, hab ich nicht gesagt. Deine waren Katzentatzen. Ja? Also, ja, Katzentatzenabdrücke. Meine waren halt ganz normale Fußabdrücke. Sehr nice. Ich warte jetzt halt auf dich, ne? Mach gleich noch mal. So. Fail, Bob. Da, 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 da. Ach, die mussten wir doch umbringen. Ja, stimmt. Und dann kann er so schleichen. Guck mal. Ja. Das ist cool. Du kämpfst nicht schleichen. Ja, das war die dritte Folge, vierte Folge. Ich glaube, die dritte, vierte, 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 vierte. Ich glaube, die vierte. Ihr seht es ja in der Videodingen. Das seht ihr ja dann. Richtig. Ich glaube, das war die dritte. Egal. Ja, bis froh, Freunde. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.